herzlich willkommen du herrneriger fan ja schön dass du zu einer neuen runde return to murray eingeschalten hast wir machen auch nicht lange rum und gehen hier runter zu der wasserpumpe zur entwässerungspumpe oder entwässerungsanlage und da nennst wie ihr möchtet ich glaube sind ist die entwässerungsanlage hier entwässerungsanlagen gut wir laufen hier unten meinem gebiet jetzt weiter ich weiß echt nicht wo wir doch lang müssen obwohl wir können doch noch mal ein stück zurück aber ich will jetzt erst mal weiter ich will jetzt mal ein bisschen hier weiter spielen weiter kommen wir sind ja hier schon wir sind ja hier irgendwie schon lang gegangen ja stimmt hier hier waren wir schon da habe ich jetzt ein bisschen die orientierung verloren was wollten wir hier wo waren wir hier ich glaube irgendwie ist uns doch dann irgendwas ausgegangen war das nicht irgendwie so ist uns ist uns da was ausgegangen hatte ich dann einfach nur gesagt nö ich habe jetzt gerade kein bock mehr nachher stimmt das war ja hier ach ja genau hier hat mir die orks hier gekillt ich bin schwierig sie konnten ja putteln stimmt ja er war genügen wir haben genügend kuchen honig honig gedünst da also daran wird es nicht scheitern du noch komm aufhüpfen ne das sind noch so viele dann haben wir erst mal ein bogen ein bisschen rein komm ja warum treffen wir den nicht jetzt angenehm kinders angenehm nein komm ich glaube das ist von denen irgendwie ne ich glaube die die machen die hier so machen wir hier mal kurz machen wir uns mal kurz hier warm dann hat er gerade seine eigene fledermaus abgeschossen nice danke war das das ganze lager irgendwie trau ich dem ganzen noch nicht da kommen noch ein paar war es das jetzt da ist auch noch einer haben steh auf das war was das ich glaube es noch nicht ganz aber wir gehen jetzt mal schauen schauen jetzt mal nach schwarzen diamanten ich denke eh wieder in der kiste werden ein paar sein eisenholz spitzhacke was direkt wieder neue sachen gefunden ne ok also rein theoretisch müssen wir hier lang ne das ist jetzt nur für mich so so ein kleiner weg für mich rein theoretisch hier entlang oh da ist die schmiede von billigost wir alter wir kommen dem ganz näher es hat endlich einen sinn was wir hier tun endlich hat sein sinn oh mein gott dass wir sind so nah dran diese kack schmiede endlich zu finden oh mein gott noch gefühlt noch gefühlt ein paar meter komm er ist ja nur scheiße entschuldigung dass du krass sagst aber es ist halt echt so dann direkt mal weiter hier ist nichts hoffentlich können wir dann nach und wegspunkt wieder setzen bin auch ehrlich das wäre mir eigentlich glaube ich auch egal wir sind am nächsten punkt ne wir sind wirklich am nächsten punkt so pilger weg markierung wir gehen mal ganz schnell hier weg oh mein gott wir haben sie gefunden oh mein gott oh mein gott gut oh mein gott ist hier so ein stein oh mein gott wir haben es einfach gefunden äh Wer ist das Gagmars Neck? Geh ihn ab! Das kann es ja auch nicht sein, dass du bei den Schmieden nie irgendwie Wegpunkte kriegst. Das ist eigentlich genau dasselbe wie er, ne? Nein! Nein, warum hast du das getan? Ah! Äh... Okay, wir können es da aber hochwerfen, ne? Äh... Wir gehen wieder rein, komm! Oh, und das Zahnrad müssen wir auch noch da hinbringen, ne? Hoffentlich müssen wir jetzt keins schmieden. Oh, warum ist das wie Gummi, das Ding, ey? Der wirft es ja wie so ein Knecht. Ey! Nervt das mal richtig! Ey, gibt's das denn? Zwerftes Kackrohr hier! Yo! Ich will nur noch schnell schauen, wenn wir es ja wieder anmachen, da kommt da wieder so eine Horde hier, ne? Wäre es da wirklich nicht am besten, irgendwie einen Wegpunkt zu setzen? Wenn ich jetzt das Zahnrad da oben einsetze, kommt eine Horde, ne? Da kannst du echt Gift drauf nehmen. Nein! Na sinn què? Okay... Bye... Bye, bye-bye! Bye, bye-bye! T ESSERB defendingFin! Bye-bye! Bye-bye! Bye! Bye-bye! Okay, die hält. Ich suche gerade noch irgendwie. Okay, scheiße. Oh! Hilfe! Jawohl, komm. Kommt. Ah! Ah! Los! Ich vergesse immer, dass sie buddeln können, ne? Das vergesse ich immer, dass sie buddeln. Dann hätte ich auch gesagt, dann machen wir uns hier mal ein Lagerfeuer hin. Komm. Wunder mit dir, Mann. Jetzt haben wir den noch. Wir haben die kleinen Jungs da gekillt. Jetzt kommen die großen. Wenn wir hier vielleicht doch Glück haben und... Scheiße. Scheiße. Vielleicht haben wir wirklich Glück und wir kriegen hier irgendwie... So, zwei, drei Stück. Drei Stück wären natürlich bombastisch. Ja, ganz ehrlich, komm rein. Rein da, los. Das ist alles, was du hast? Was? Was? Ja, komm. der nächste los ja mal schon ein bisschen gehitter den würde ich hier den schlüssel mit zwei stück lang das weiß ich nicht aber ich würde sagen wir machen hier in der nächsten folge weiter bis dahin macht gut